hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von genus solo wir spielen sort and sorcery ancient chronicles und befinden uns zu beginn von quest 2 das letzte mal haben wir noch quest 1 abgeschlossen und haben auch das kleine zwerg dürfchen nilmerk besucht dort haben wir ein paar informationen erhalten wir haben einen auftrag erhalten doch unser hauptmerk liegt auf alle fälle auf der quest dass wir diese erfüllen ob uns das gelingt wir werden es erfahren und ich wünsche viel spaß dabei willkommen zurück liebe freunde von sort and sorcery so sieht es bei uns aus zu beginn von quest 2 obwohl nicht ganz korrekt wir können ein paar kleine anpassungen noch machen und zwar wenn ihr in einer kampagne in die nächste quest vorricht dürft ihr zu beginn dieser nächsten quest alle wunden von den charakteren entfernen des weiteren auch alle zustände das ist schon mal ganz gut dann sind nämlich alle unsere charaktere wieder bei vollem leben ihr habt auch die möglichkeit auf einen anderen helden zu switchen wenn ihr das gerne möchtet müssen aber den seelenrang beibehalten von dem held den ja gerade austausch des weiteren hat dieser held nur zugriff auf die gegenstände aus dem vorrat sollte ein held zum ende der quest in seelenform gewesen sein so wird er jetzt wiederbelebt starten ihr müsst also nicht mit diesem held in seelenform starten was ihr nicht machen können das ist ganz wichtig für diejenigen die bisher immortal souls gespielt haben ihr dürft zu beginn der quest nicht ins emporium hinein um irgendwelche käufe zu tätigen dafür sind die ortschaften da damit ihr dies dort machen könnt okay ich würde sagen unsere drei halten sind bereit für die nächste quest wir können in die höhlen hinabsteigen dafür schauen wir ins abenteuer buch hinein zu quest 2 lesen die einführung und bauen die quest auf akt 1 abenteuer 2 sternenloser himmel ihr lasst das stein plateau für nilmerk hinter euch und nähert euch einem labyrinth aus unzähligen gängen die in alle richtungen durch diese unterirdische welt führen eine welt die so wild und grausam ist wie die raubtiere die durch die tunnel ziehen und in den spalten lauern ihr könnt kaum etwas erkennen jedes geräusch erzeugt ein unheimliches echo das euch aufschrecken lässt ihr habt nur eine wahl die düsteren höhlengänge erkunden über deren vergessene welt sich ein sternenloser himmel aus stein spannt und den weg nach mantis finden der gefürchteten hauptstadt wir haben also keine wahl wir müssen diese ortschaften weiter erkunden um direkt dann bis nach mantis irgendwann vordringen zu können zu beginn von quest 2 wir haben wieder das gleiche gegner deck wie zu quest 1 heißt zwei grüne riesenspinnen werden als decke gemischt und als nachzugsstabel bereitgelegt hinsichtlich des ereigniskartenstabels der ist diesmal auf alle fälle umfangreicher suchen also entsprechend die ereigniskarten heraus und platzieren diese dann wieder genauso wie hier in diesem schema in einen stapel ansonsten haben wir aber keine weiteren effekte in diesem spiel keine nachteffekt keine tageffekt wir bekommen nur die anweisung was passiert wenn wir verlieren und das tritt dann ein wenn der ereigniskartenstab leer ist oder wenn all unsere hätten gleichzeitig in seelenform sind dann müssen wir die entsprechenden paragraf lesen haben wir aber nicht vor okay machen wir weiter auf der nächsten seite bauen die quest auf diese karte ist diesmal sogar noch kleiner als die von quest 1 aber ich gehe nicht davon aus dass es dabei bleibt aufgrund der größe des ereigniskartenstabels ich werde die teile gleich heraussuchen entsprechend zusammen puzzeln die benötigten token habe ich hier schon herausgesucht wir werden ein offenes borntor haben und wir werden ein nest haben schauen wir uns gleich an was es mit diesem nest auf sich hat des weiteren wir haben hier unten einen wegpunkt und story event also abenteuer ereignis 1 werden wir hier unten an dieser stelle auslösen für ein spiel für bis zu drei spieler brauchen wir einen normalen gegner einen champion und einen quest gegner jeweils als schattentogen werden wir micheln und ein token werden wir erstmal jetzt hier auf diesem bereich benötigen an dieser stelle mal sehen welches schattentogen es dann nachher sein wird ich bin fertig mit den spiel vorbereitungen zu quest 2 wir können gleich loslegen noch ein kleiner hinweis und abenteuer buch beim quest aufbau steht hier oben auch noch welche kartenteile ihr bereits zur seite legen sollt das heißt es wird tatsächlich nicht bei diesem kleinen quest gebiet bleiben das ganze wird sich noch ausdehnen bevor ich jetzt gleich unseren ersten helden los schicke schauen wir uns doch an was jetzt hier neues wir kennen eigentlich fast alle sachen mit ausnahme dieses stiefels das bedeutet eigentlich nur dass ihr wenn ihr auf dieses feld trete zwei bewegungspunkte benötigt statt einen wenn ihr von diesem feld runter rollt ist es aber vollkommen egal müsst ihr keine zusätzlichen bewegungspunkte bezahlen gegner ignorieren so was gilt also nur für uns helden und dann haben wir hier unten etwas neues und zwar ein nest ein nest ist so ähnlich wie diese kleinen venoms sie haben auch ein pergament mit einer verhaltensweise zählen quasi auch als plage und welche auswirkungen dieses nest hat das schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz im detail an das nest könnt ihr euch auf dem spielfeld entweder wenn ihr das addon habt über die miniatur darstellen oder im basisspiel enthalten ist ein stand die auch das sieht okay aus das nest ist nicht ganz so leicht zu bezwingen wie die kleinen venoms denn das nest hat einen rüstungswert in höhe des aktes also momentan rüstungswert 1 und hat sechs lebenspunkte zählt auch als keine figur wenn es nachher um den dominanz oder kontrolleffekt geht wenn wir das nest zerstören bekommen wir fünf kronen und eine seele doch was macht das nest genauso wie bei den venoms gilt das nest als minimum das heißt es wird grundsätzlich immer aktiviert in jeder gegner phase und zwar folgende art und weise der passive effekt erst genauso wie bei den venom zählt als keine miniatur es sei denn es geht um den angriff beziehungsweise um die verteidigung dann der nächste passive effekt das brüten da werde nämlich aus diesen nestern kleine venoms erscheinen wir müssen zu beginn jeder gegner phase einen roten würfel werfen und für jeden treffer den wir dabei erwerfen wird ein kleiner venom auf das feld des nestes erscheinen und da die wenn uns immer erst zum ende der gegner phase aktiviert werden und das nest zu beginn der gegner phase werden die neu erschienenen venoms auf alle fälle noch im gleichen gegner zug aktiviert daher sehr sehr unangenehm desweiteren das nest kann von keinen körperzuständen betroffen werden mit ausnahme von feuer also das wirkt auf alle fälle desweiteren wird sich das nest nicht selber bewegen aber es kann bewegt werden wenn also irgendwelche bash aktion also zurückstoßen habt dann könnt ihr das nest auch verschieben wenn es in eure taktik hinein passt und manchmal ist das ganze auch nicht schlecht denn dieses nest hat eine reaktionsfähigkeit wenn es vier oder mehr schaden mit einem angriff erhält oder wenn es stirbt wird es diese fähigkeit hier unten aktivieren und dies ist eine art säure angriff gegen alle hätten auf dem gleichen feld mit zwei treffen zwei blauen würfeln desweiteren wird die rüstung bei einem blitz kaputt gehen und bei einem pentagramm würden auch die charaktere vergiftet werden also das muss man nicht unbedingt auf dem gleichen feld haben fernkampf würde recht gut funktionieren wenn wir das nest dann halt weg machen ohne dass jedenfalls unsere helden auf dem feld stehen und mal sehen ob ich das irgendwie hinbekomme haben wir uns also mit der funktionsweise des nestes vertraut kommen an ich würde sagen jetzt legen wir los mit der ersten runde in quest 2 wir fangen wieder an mit der zeitphase dort da gibt es nichts für uns abzuhandeln wir haben keine körperzustände cooldowns müssen wir auch nicht bereit machen und seelen für ein aufleveln haben wir auch nicht kommen wir direkt zur kampfphase und ich werde den zug mit artemis beginnen wir können schon mal prüfen manchmal kann das bei quest sein dass bereits vom startfeld aus gegeben falls irgendwelche schatten tokens aufgedeckt werden wir haben ja hier eins in der nähe allerdings ich denke mal hat da kommen wir auf alle fälle nicht gehen wir wieder von markierung zu markierung und wir kommen hier direkt über diesen bereich somit sehen wir das schatten tucken noch nicht aber gleich wenn ich artemis bewegen lasse sie hat vier bewegungspunkte zwei wird sie benötigen um direkt hier auf dieses feld zu kommen weil dieses stiefel symbol drauf ist allerdings jetzt sehen wir direkt das schatten tucken und schauen wir mal was wir bekommen ach wir haben gleich den quest gegner werfen wir einen blick in den tabel von quest 2 ihr seht diesmal ist er etwas umfangreicher mit bis zu sieben wegpunkten bisher haben wir momentan ein also die karte wird relativ groß werden hier unten haben wir die angabe des quest gegners wir sollen im buch der geheimnisse jetzt beim paragraf 2 punkt 12 lesen in der dunkelheit bewegt sich etwas das buch der geheimnisse wird jetzt nicht ganz so konkret was jetzt erscheint wir sollen erst mal zwei rote würfel werfen unser ziel ist ein sort ein sorcery symbol abhängig welcher hält das ganze jetzt ausgelöst hat könnt ihr eure würfel aber ein klein wenig manipulieren ist es ein held gewesen mit der dexterity rune also zum beispiel unsere artemis diese hat ja die dexterity rune dürfen wir nach dem wurf einen würfel auf die entgegengesetzte seite drehen vielleicht haben wir dadurch die möglichkeit ein sort and sorcery symbol zu bekommen wäre es ein held gewesen mit der magie rune zum beispiel robin hat diese oder wäre es ein held gewesen welche eine fackel trägt haben wir leider nicht dann dürften wir noch zwei extra rote würfel werfen also mit vier roten und dann ist die chance natürlich etwas größer ein sort and sorcery symbol zu bekommen okay dann schauen wir mal was jetzt passiert wenn wir ein sort and sorcery symbol schaffen dann müssen wir einen entsprechenden paragrafen lesen und schaffen wir es nicht werden wir auch einen anderen paragrafen lesen aber ich denke mal schon das ziel ist das sort and sorcery symbol weil es halt schwerer zu erreichen was wir bekommen wir haben es auf alle fälle erst mal nicht darüber die dexterity rune darf ich ja jetzt noch einen würfel auf die entgegengesetzte seite drehen bei den zwei blitzen da weiß ich es auf der rückseite ist es auf alle fälle nicht ihr seht deswegen werde ich diese nicht umdrehen aber aber hier bin ich jetzt nicht ganz sicher drehen wir auf die andere seite nein haben wir auch kein sort and sorcery symbol und somit werden wir jetzt den paragrafen lesen müssen der nicht diesen effekt hat so sehr ihr euch auch anstrengt eure blicke können die dunkelheit nicht durchdringen eine feindliche kreatur springt aus den schatten und versperrt den weg hinter ihr ist nichts mehr zu sehen obwohl ihr das gefühl hattet etwas zu erkennen gemäß buch der geheimnisse sollen wir das schattentoken jetzt vom spielfeld entfernen und mit einem gegner ersetzen den wir jetzt ganz normal vom gegner karten stapel ziehen wir wissen ja hier sind ja nur grüne spinnen drin deswegen nicht ganz so dramatisch übrigens alle anderen stapel sind ganz normal zu beginn dieser quest wieder neu zusammen gemischt worden also von der alten quest sind alle karten jetzt wieder mit dabei doch schauen wir welche grüne spinne wir bekommen es sind diese die dann fünf kronen hinterlässt und wird direkt jetzt artemis zugeordnet ersetzen wir noch das token mit der spinne und das buch der geheimnisse sagt jetzt auch noch der auslösende held muss jetzt einen rettungswurf durchführen gelingt dieser nicht wird diese spinne sofort aktiviert das ziel des rettungswurfes ist dabei ein treffersymbol und mal sehen haben wir es ja wohl ein treffersymbol diese spinne wird erstmal noch nicht aktiviert das ist auch ganz gut so denn dann hat artemis die möglichkeit des erstschlages denn ich werde meinen dritten bewegungspunkt dafür verwenden um hier auf das feld mit der spinne zu gehen und diese jetzt im nahkampf mit meinem breitschwert anzugreifen führen wir den angriff durch beherrschen tun wir das feld nicht denn eine miniatur gegen eine miniatur ist somit gleich aber ich werde für meine standard aktion diesen angriff vorbereiten bringt man schon mal direkt einen treffer dann darf ich über das breitschwert zwei rote würfel werfen und da haben wir zwei blitze zwei treffer die zwei treffer nämlich auf alle fälle mal mit jetzt ist die frage was mache ich mit den blitzen ich habe jetzt die möglichkeit über den blitz einen treffer zu erzeugen oder ich kann mit dem blitz einen würfel neu werfen allerdings darf ich da nicht den würfel nehmen der das blitz hat welches das ganze aus also wenn ich jetzt dieses blitz symbol nehmen mit diesem würfel dann kann ich diesen würfel nicht neu werfen müsste ich den anderen werfen deswegen nicht ganz so zielführend deswegen werde ich diesen blitz einmal nur verwenden für einen weiteren treffer und das reicht mir sogar denn das sind vier treffer die spinne hat nur vier lebenspunkte und keinerlei abwehrmöglichkeiten deswegen gehen vier treffer komplett durch vier wunden und damit ist die spinne schon besiegt und wir bekommen fünf kronen auf dem feld da wir eine riesen spinne besiegt haben können wir auch bei unserem auftrag jetzt ein klein wenig voranschreiten denn wir müssen ja eine riesen spinne je teilnehmen helden besiegen um jetzt hier ein häckchen dran zu machen das war die erste von drei ich mache mir da immer einen kleinen punkt hier direkt auf den sleeve drauf damit ich weiß dass ich jetzt hier eine spinne besiegt habe war also nur ein kurzer auftritt dieser spinne auf dem feld kann schon wieder abgeräumt werden und hinterlässt fünf kronen die könnte ich mit artemis für eine freie aktion einsammeln bin ja nicht mehr im kampf verwickelt ich lasse sie dennoch liegen robin kann mit dem geld eher etwas anfangen er wird das nachher einsammeln ich werde mit artemis an dieser stelle meinen zug beenden damit sind die gegner dran eine begegnungskarte müssen wir nicht ziehen denn wir haben keine gegner auf dem feld allerdings wir haben minions auf dem feld und zwar dieses nest und das wird auf alle fälle jedes mal in der gegner phase aktiviert hier in dem fall zu beginn der gegner phase dabei möchte das nest anfangen zu brüten dafür müssen wir einen roten würfel werfen und hoffen auf wenig treffer symbole und wir haben ein treffer symbol heißt ein kleiner wenn und kommt auf das feld des nestes jetzt hier aus diesem nest heraus mehr macht das nest aber auch nicht da ist ja schon schlimm genug denn jetzt zum ende des gegner zuges werden auch die wenn uns welche auf dem spielfeld sind aktiviert und da haben wir zurzeit eins der gerade geschlüpft ist und dieser hat über seine verhaltenskarte jetzt den effekt dass er sich um bis zu drei felder auf den nächsten hält zu bewegt erreicht er einen wird er direkt auf seinen charakter bogen springen und das würde diese wenn du machen bewegt sich einfällt hier hin dort ist artemis und somit springt er direkt hier auf sie drauf und wenn es uns nicht bis ereignisfreise gelingt diesen wenn man da herunter zu schlagen wird er einen gift effekt hinterlassen an dieser stelle endet der gegner zug und wir können den nächsten helden aktivieren und ich denke mal ich tue gut daran wenn ich erstmal mich um dieses nest kümmern damit es nicht weitere wenn uns erscheinen lässt ich werde shakiko aktivieren für eine bewegung 123 bewegungspunkte und von diesem feld aus werde ich auf einfällt reichweite einen angriff initiieren angreifen werde ich mit meiner welle von fäusten seine angriffsaktivität einfällt reichweite ich bin im sehnrang 1 kriegt dafür zwei rote würfel je akt einen blauen und je akt direkt einen treffer dann werde ich diesen angriff für meine standardaktion vorbereiten oder fokussieren bringt auch automatisch einen treffer ich kann jede art von angriff immer fokussieren für eine standardaktion wichtig ist dass ein rotes faust symbol drauf ist also vollkommen egal ob waffe gegenstand oder fähigkeit wenn ein rotes faust symbol drauf ist könnt ihr euren angriff eine standardaktion vorbereiten und jetzt hoffe ich auf viele treffer und ich hoffe auf feuereffekte denn das würde jeweils eine wunde auf das nest bringen und gegen feuer ist dieses nest nicht immun und das ist auch gut so denn sechs lebenspunkte und ein rüstungswert von 1 muss erstmal geknackt werden deswegen hoffe ich auf viele treffer und wir haben naja so lala wir haben ein kremlin bringt uns gar nichts haben 123 treffer legen wir diese erstmal hier hinein und wir haben eine blitz blitz bringt ein feuer 1 effekt auf das nest lege ich das mal hier direkt drauf und dazu gleich eine wunde denn jedes feuer token bringt sofort bei erhalt einen schaden führen wir die verteidigung des nests durch wir haben keine resistenzen wir haben keine magischen schilde allerdings sie haben einen rüstungswert das heißt ein treffer wird abgezogen mehr hat das nest aber nicht hat heißt es kriegt vier schaden direkt ab und 1 plus 4 sind fünf leider einer zu wenig halt schade dass der blaue würfel nur eine kremlin war sonst hätte es wahrscheinlich gereicht ich könnte über ihre fähigkeit gegebenenfalls wenn ich seelen bezahle auch noch eine wunde drauf bringen dann wäre das nest weg aber ich will die seele eigentlich nicht opfern die sind eh so rach dann warte ich lieber noch es gibt aber noch einen effekt der tangiert uns nicht wirklich denn wir haben auf einmal mit einem angriff fünf schaden zugefügt das heißt vier oder mehr und jetzt wird diese fähigkeit vom nest aktiviert welche einen flächenschaden auf dem gleichen feld auslösen würde da da momentan kein held drauf ist und uns kann ich das ignorieren denn es wird keiner davon getroffen shakikos fähigkeit geht auf zwei runden cool down übrigens ihre charakterfähigkeit hätte ich gar nicht verwenden können denn verlangt eine standardaktion und die eine die ich habe habe ich ja schon zum vorbereiten des angriffes verwendet somit ist mir das tatsächlich nicht möglich aber eine freie aktion kann ich noch machen da werde ich hier wieder meine meditation verwenden er geht dafür auf drei runden cool down allerdings kann ich dann wieder eine meiner fähigkeiten um eins nach vorne bringen damit shakiko bald wieder ihre fähigkeit zur verfügung hat mehr kann ich mit ihr auch nicht machen und damit endet shakikos zug sind die gegner wieder dran und damit erneut das nest hat zwar nur noch eine lebenspunkt es steht in flammen allerdings wird es weiter wenn uns ausspucken sofern treffersymbol erworfen werden oder hat ein sort und so sehr schön somit kommt keine venom hier aus dem nest und damit werden auch keine venoms aktiviert denn es sind keine auf dem feld robben ist an der reihe bin jetzt am überlegen ob ich das nest einfach über den voll effekt runter brennen lasse hat ja nur noch ein lebenspunkt aber dann würde es erneut gegebenenfalls einen rennen ausspucken nein habe ich nicht vor deswegen bewegung 1 2 3 für eine freie aktion nimmt sich robben erstmal das geld vom feld und dann mit dem bogen wird er hier auf das nest feuer für das nest benötige ich nur noch eine wunde allerdings möchte ich nichts dem zufall überlassen deswegen werde ich für meine standard aktion den angriff auch vorbereiten bekomme ich einen treffer der geht erst mal direkt in die rüstung und dann bekomme ich noch einen weiteren treffer direkt das sind die zwei treffer die ich benötige um das nest zu zerstören würde ich den angriff nicht vorbereiten ich bekomme noch zwei blaue würfel ich würde aber gefahr laufen wenn das hier keine treffer werden dass ich tatsächlich dann nur den einen treffer in die rüstung bringe und nicht mehr und deswegen will ich halt nicht dem zufall überlassen und deswegen egal was ich jetzt würfle ach jetzt hätten wir jede menge treffer gehabt okay dann hätte ich mir die standard aktion sparen können aber ihr seht mehr als genug treffer um eine wunde hier drauf zu bringen damit wird das nest zerstört würde jedenfalls wieder die fähigkeit aktivieren da es momentan stirbt aber auch hier kein held auf dem feld des nestes deswegen wird niemand vor diesem angriff getroffen sehr schön das nest ist zerstört und stört nicht mehr robin wird seinen zug beenden mehr kann er nicht machen jetzt sind die gegner dran es wird nichts aktiviert denn es gibt kein nest mehr und auch keine gegner auf dem feld und da alle unsere helden aktiviert wurden sind kommen wir zur ereignisphase in der ereignisphase werden leider alle wenn uns jetzt aktiviert welche jetzt irgendwo bei unseren charakteren sitzen da artemis das pech hatte einen von diesen wenn uns einzusammeln wird sie dadurch jetzt automatisch einen gifteffekt 1 bekommen für jeden wenn man auf dem feld gibt es in diesen effekt aber danach werden alle wenn uns vom charaktersheet entfernt wir sind aber immer noch in der ereignisphase wir haben keine offene ereigniskarte oben auf dem stapel das heißt wir ziehen die oberste legen diese oben drauf und führen den entsprechenden effekt online die brut des bösen bei einem dreiheldenspiel sollen wir jetzt ein nest spawnen lassen spawning wird immer bei den spawnportalen geschehen da wir momentan nur eins auf dem feld haben kommt das nest hier an diese stelle einfach wieder zurück und wir fangen wieder bei null an doch nicht ganz das nest führt auch noch eine brut aktion durch bedeutet wir müssen wieder einen roten würfel werfen ich hoffe wieder bei zorg und sorsi symbol und ach verdammt ein treffer heißt eine venom wird direkt jetzt hier auf das feld erscheinen allerdings wir befinden uns noch in der ereignisphase der venom wird nicht gleich aktiviert passiert ja nur am ende der gegnerphase deswegen bleibt er hier an ort und stelle und vielleicht doch wenn ich irgendwas mit flächen angriff hätte dann könnte ich beide auf einmal angreifen schauen wir uns das ganze dann in der nächsten runde an denn diese startet jetzt und zwar mit der zeitphase für artemis bedeutet dass der gifteffekt fängt an zu ticken eine direkte wunde und jetzt versuchen wir über einen rettungswurf ein treffer symbol ist erforderlich dieses gift loszuwerden und leider nicht somit bleibt das gift weiter drauf bei shakiko gibt es weder negative noch positive effekte die abzuhandeln sind nur die cooldowns werden vorangetrieben hier noch zwei runden und die angriffsfähigkeit ist wieder bereit und bei robin müssen wir gar nichts machen hat keine fähigkeiten auf cooldown und auch keine effekte jetzt können wir noch schauen ob wir genug seelen haben um irgendwie aufzuleveln haben wir nicht und da fällt mir gerade etwas ein denn als robin das erste nest hier unten zerstört hat hinterlässt uns dieses auch lud und diesen habe ich vergessen wir noch zu geben können wir aber noch nachholen das nest hinterlässt auf dem feld einfach fünf kronen die liegen jetzt immer noch hier und wir bekommen eine seele ist jetzt unsere zweite reicht aber immer noch nicht zum aufleveln kommen wir zur nächsten kampffase ich werde mein vorhaben einfach weiter verfolgen erneut das nest muss weg hoffe nicht dass danach wieder eins kommt damit ich endlich vorankomme ich werde mit shakiko anfangen stehe immer noch auf ein feld entfernung kann also auf alle fälle das nest jetzt wieder mit meinen frisch bereiten fäusten angreifen doch vorher werde ich weil ich zusammen mit artemis auf einem feld bin noch eine freie aktion spielen und zwar benutze ich die chart als freie aktion auf dem gleichen feld kann ich also auch einen hält ins ziel nehmen und werden den ersten effekt anwenden um einfach eine wunde zu heilen somit ist sie wieder auf null wunden hat aber immer noch ihren gift effekt auf sich drauf und jetzt werde ich direkt angreifen und erneut mit meiner kampf fähigkeit auf ein feld distanz weil die handschuhe selber gehen ja nur im nahkampf wo mal sehen ob ich das nest weg bekomme ich werde das wieder genau wie letzte runde machen heißt über die fähigkeit ein treffer eine standard aktion werde ich verwenden um den angreifen vorzubereiten sind schon mal zwei treffer zwei rote und ein blauer würfel und da haben wir gar nicht mal so schlecht aus das sind nämlich schon mal drei direkte treffer sind wir bei fünf dann habe ich zwei blitze und ein pentagramm jeden effekt kann ich nur einmal ausfüllen aber es reicht direkt denn einen blitz nehmen wir für ein feuer 1 token und dann haben wir noch einen blitz und ein pentagramm für ein feuer 2 token das sind zwei feuer effekte und damit sofort zwei wunden brauche ich nur noch vier und es reicht sogar ein treffer geht in die rüstung bleiben noch vier übrig jawohl damit haben wir das nächste direkt mit einem punch weg gehauen auch bei den nestern kommen wir hier auf unsere herausforderungskarte weiter ich habe sogar schon zwei nester besiegt einmal mit robin und jetzt einmal mit shakiko und den einen punkt habe ich vergessen deswegen 12 punkte noch einen und dann kann ich hier ein häkchen dran machen sehr cool das nest somit weg hinterlässt uns erneut blut fünf kronen und eine seele haben wir drei noch eine dann können wir einen helden aufleveln doch jetzt haben wir erstmal kein nest mehr im spiel das war nur eine angriffsaktivität mit unserer shakiko ihr angriffszauber geht natürlich jetzt auf zwei roten cooldown kann ich in der nächsten runde somit nicht gleich wieder verwenden aber sie hat ja immer noch ihre waffen ich kann mich bewegen denn diese aktion habe ich noch nicht gestartet und da werde ich mich direkt ein feld hierhin begeben achtung diese plagen sind keine gegner außer wenn wir sie angreifen oder wenn wir verteidigen somit kann ich auch ganz normal durch die durchziehen werden also kein reaktions angriff irgendwie auslösen und deswegen werde ich noch ein feld weiter gehen ich muss ein bisschen tempo machen denn ich glaube nicht dass das zielführend ist jetzt hier die ganze zeit an diesem sport zu bleiben gehe mit meinem zweiten bewegungspunkt auf weg punkt eins und dann schauen wir mal das buch der geheimnisse was wir jetzt hier an dieser stelle erfahren mehrere höhlen enden in sackgassen aber in der ferne vernehmt ihr das verheißungsvolle echo von fließendem wasser das auf felsen trifft dicke spinnweben schränken eure sicht ein so dass ihr nicht erkennt was sich in den nischen zu den seiten des weges verbirgt wir hören in der ferne ein leichtes plätschern und wir haben an dieser stelle jetzt ein paar spinnnetze wir können über eine standardaktion jetzt hier diese spinnnetze entfernen und einen entsprechenden paragraf im buch der geheimnisse lesen ich habe keine standardaktion mit chakiko mehr zur verfügung deswegen kann ich dies nicht machen die frage ist ob es eine gute idee ist an spinnnetzen herum zu fummeln in einer höhle voller spinnen aber okay das werde ich dann mit meinen anderen charakteren dann mir überlegen was ich damit mache ich habe immer noch bewegungspunkte übrig und nichts hindert mich daran einfach weiter zu gehen und deswegen ein weiterer bewegungspunkt hier an dieser stelle zum abenteuer ereignis 1 und da lesen natürlich auch im buch der geheimnisse was wir dort jetzt erfahren die galerie führt zu einem riesigen steingewölbe in dem die spiegelungen von fließendem wasser tanzen ein unterirdischer bach fließt in kaskaden über hüfthohe stufen in einen stillen teich im herzen der höhle mit einem rhythmischen knochen taucht zuerst der schuppen bedeckte kopf und dann der ganze körper einer tyrannenechse aus dem teich auf das riesige reptil hat messerscharfe krallen und so kräftige muskeln dass es die felswände erklimmen kann der teufliche blick der bestie ruht einige momente auf euch bevor sie mit einer fließenden bewegung und begleitet von einem fürchterlichen greichen in den schatten einer der vielen galerien verschwindet die sich von diesem höhlenartigen gewölbe aus öffnen ein unterirdischer bach und eine riesen höhle haben wir entdeckt und nicht nur dass wir haben auch einen neuen gegner typ wahrgenommen und zwar eine tyrannenechse wir sollen jetzt gemäß buch der geheimnisse diverse aufbauschritte machen angefangen mit neuen kartenteilen welche wir jetzt direkt heraus suchen die sind auch hier direkt angegeben und werden jetzt gemäß der anleitung direkt hier herangepuzzelt des weiteren auch diverse tokens und natürlich auch der gegner und da gehen wir jetzt mal stück für stück durch ihr sucht mir die entsprechenden teile heraus und füge das dann hier an doch alles nach und nach zuerst die zwei neuen gegner karten wir haben diese blauen tyrannen lizards die sollen jetzt ins gegner deck hinein gemischt werden da ist momentan nur eine karte drin wir wissen da ist eine grüne riesenspinne und jetzt müssen wir das ganze hinein und mal sehen welcher gegner als nächstes kommt hier sehen wir die von shakiko entdeckte höhle es sind einige neue sachen dazugekommen angefangen mit einem offenen schrein hier auf diesem feld wenn wir also mal das zeitliche segnen können wir dort wiederbelebt werden oder wenn wir die beetaktion durchführen wollen des weiteren ein weiteres nest ist erschienen wird das also die ganze zeit immer wieder wenn uns entgegen schleudern dann haben wir ein neues erscheinungs tor bekommen auf diesem feld mit dem stern könnten also gegner herauskommen und ein schattentoken liegt auch in dieser höhle allerdings sehen wir dieses noch nicht von dieser position weil hier diese wand dazwischen ist von dieser position hätten wir dann sichtlinie und müssten dieses aufdecken ergänzend hier oben dieses fragezeichen das ist ein gebiet wo wir eine aktion für aufwenden können um zu durch suchen dann müssten wir das entsprechende token aufdecken und dann stehen ein paar würfel ergebnisse und je nachdem was wir dann mit einem roten würfel erwerfen dieser effekt kommt dann zum tragen das können fallen sein könnten aber auch wertvolle schätze sein doch wir haben noch mehr anweisungen im buch der geheimnisse wir sollen die ereigniskarten 2 7 und 11 heraussuchen mischen und diese verdeckt auf folgende felder verteilen einmal hier eine hin einmal hier eine hin und einmal hier unten eine hin und wenn wir auf das feld drauf treten dann entdecken wir diese karte und führen den entsprechenden effekt aus eine dieser karten beschreibt das abenteuer ereignis 2 und das sind immer die ereignisse die uns ein klein wenig vorantreiben das heißt wir müssen es auf alle fälle suchen wir wissen nur nicht wo es liegt vielleicht haben wir glück dass es gleich in der nähe ist vielleicht müssen wir aber auch bis zum ende der höhle weitergehen aber okay machen wir weiter wir sollen jetzt noch einen gegner erscheinen lassen und zwar direkt beim erscheinungs tor mit dem stern heißt wir ziehen eine gegner karte und lassen den gegner dort erscheinen während wir jetzt vier oder mehr helden würde noch ein weiterer gegner erscheinen allerdings muss das nicht unbedingt hier an diesem sport tor sein sondern könnte auch an diesem sein dann müssen wir entsprechend den blauen würfel werfen je nachdem welches symbol wir von den beiden als erstes werfen dort würde dann der zweite gegner kommt allerdings wir sind nur drei helden deswegen brauchen wir nur den einen hier an dieser stelle erscheinen lassen da shakiko momentan der aktive spieler ist und es noch keine weiteren gegner im spiel gibt wird dagegen auf alle fälle ihr zugeordnet oder schön das ist die riesen spinne und nicht der tyrannen lizard kommt die spinne somit hier zum stern sport und wird sich dann richtung shakiko bewegen eine sache müssen wir noch machen und zwar die abenteuer karte auf der wir gerade stehen die dürfen wir jetzt mit der aufgedeckten seite oben auf unser abenteuer decke legen und das hat natürlich zur relevanz dass wir eine runde mehr zur verfügung haben denn in der nächsten ereignis phase würde die obere karte erstmal hier abgelegt werden dann kommt die untere karte zum vorschein und wird aber den effekt der darunter steht nicht noch mal auslösen das ist ganz wichtig zu beachten nur wenn ihr direkt eine karte aufdeckt wird der entsprechende effekt abgehandelt damit sind wir fertig mit den anweisungen aus dem buch der geheimnisse ich habe mit shakiko 1 2 3 noch einen bewegungspunkt übrig und ich denke mal ja ich komme auf alle fälle nicht hier hoch näher ran ist auch nicht unbedingt ziel führen weil die spinne dann schnell rankommt ich werde einfach mal den rückzug antreten und wieder ein schritt zurück gehen denn die spinne wird auf alle fälle zu mir kommen und sie wird sogar von diesem feld hier rüber gehen können normalerweise ist das nicht möglich denn wir haben hier dieses symbol was bedeutet der übergang von diesem feld zu diesem feld ist nicht gestattet beachtet dabei dass dies immer nur in eine richtung gilt und auf dem feld wo das token liegt an dieser kante diese richtung ist blockiert hingegen von der anderen richtung ist es auf alle fälle gestattet klar wir können vom wasserfall einfach hier runter springen allerdings können wir halt nicht von unten im wasserfall hinauf krabbeln die spinne allerdings aufgrund ihrer fähigkeit mit ihren acht beinen die kann das denn sie ignoriert diese token das heißt wir den direkten weg zu uns nehmen damit beende ich den zug mit shakiko denn mehr kann ich an dieser stelle nicht machen die gegner sind dran wir haben die gegner auf dem spielfeld das heißt wir müssen auf alle fälle eine begegnungskarte ziehen dann schauen wir nach ob die riesen spinne aktiviert wird wir haben diese begegnungskarte welche sagt aktiviere alle gegner welche sich im nahkampf befinden da haben wir zurzeit keinen somit die grüne spinne erstmal über diese verhaltensweise nicht aktiviert doch es gibt einen anderenfalls effekt welcher besagt dass wir alle gegner aktivieren sollen und zwar immer mit der verhaltensweise mit dem plus das ist die letzte unabhängig ihrer reichweite und deswegen führen wir diesen effekt dann auch für die grüne spinne aus doch alles der reihenfolge entsprechend zuerst wird in einem gegner zug aufgrund der verhaltensweise das nest aktiviert beim nest wir müssen wieder einen roten würfel werfen und hoffen dass keine spinnlinge kommen wir haben ein treffersymbol kommt auf alle fälle hier auf dem feld ein wenn dazu danach ist die grüne spinne dran denn die wenn uns werden erst am ende des gegner zuges aktiviert und wir sollen die verhaltensweise mit dem plus ausführen bewege dich ein feld zum nächsten helden das ist auf alle fälle kiko hier auf dieses feld sucht sich jetzt den nächsten helden in zweifel der reichweite da ist aber niemand somit ist diese verhaltensweise an dieser stelle schon für die grüne spinne beendet kommen wir zu den velen und sagen wir zwei stück welche jetzt alle beide aktiviert werden die wenn uns bewegen sich bis zu drei felder auf den nächsten helden zu für den ist das relativ einfach 123 hier an dieser stelle mehr macht dieser aber nicht erreicht keinen charakter der hingegen der erreicht auf alle fälle einen charakter doch er hat zwei möglichkeiten beziehungsweise sogar drei denn alle charaktere sind in ein feld reichweite wenn wenn uns mehrere möglichkeiten haben bewegen sich auf den helden zu der noch gar keinen venom auf seinem charakter ski drauf hat doch auch hier wir haben alle drei charaktere welche keiner haben danach wird die normale priorität angewendet die normale priorität gibt drei schritte vor der erste schritt ist immer der halt mit den meisten wunden doch hier haben wir gleich stehen denn keiner unserer helden hat wunden denn wir haben atem ist ja noch geheilt der nächste schritt der halt mit den wenigsten verbliebenen lebenspunkten das ist auf alle fälle robin denn diese hat nur fünf lebenspunkte und die damen haben auf alle fälle mehr deswegen wird der venom sich jetzt richtung robin bewegen somit hier hin und wird natürlich dann auch direkt auf sein charakter bord gelegt die dritte priorität wäre dann tatsächlich noch mal zu gucken hinsichtlich der reichweite ob es da unterschiede gibt dann nimmt man natürlich den her den der gegner als erstes erreicht wäre dann immer noch gleichstand dann dürfte der aktive spieler tatsächlich das ziel wählen damit ist der gegnerzug abgehandelt wir sind wieder an der reihe ich werde robin aktivieren als erstes mit einer bewegung ein feld von seine drei bewegungspunkten hier auf das feld und dann nimmt sich auf alle fälle erstmal das ganze geld mit danach zwei weitere bewegungspunkte 12 hier zu diesem velum achtung diese velum springen nur auf die charaktere wenn sie selber über die bewegung aktiviert werden nicht an dieser stelle und sie blockieren auch nicht die sichtlinie sind keine direkten gegner erst wenn wir sie angreifen oder verteidigen das heißt ich habe sichtlinie hier zu dieser grünen spinne auf zwei felder reichweite und robin hat einen bogen er wird diesen benutzen um die grüne riesenspinne anzugreifen die chance diese riesenspinne jetzt auf einen rutsch wegzumachen ist nicht sehr hoch dennoch ich werde es versuchen denn über den bogen bekomme ich auf alle fälle schon mal einen direkten treffer des weiteren werde ich für meine eine standardaktion den kampf vorbereiten sind das schon mal zwei treffer das heißt ich brauche nur zwei treffer dann wäre sie weg allerdings darf ich nur blaue würfel werfen und da ist die chance jetzt nicht so hoch treffer zu bekommen ich hoffe ein klein wenig auf das symbol treffer mit blitz denn über den blitz würde ich noch einen zweiten treffer generieren aber schauen wir mal was wir mit den zwei würfeln schaffen treffer mit blitz genau das was ich gebraucht habe um noch mal zwei treffer drauf zu bringen das schild bringt natürlich nichts aber die vier reichen aus um die spinne direkt zu bezwingen somit für unseren auftrag die zweite riesen spinne nur noch eine auch dann könnten wir hier ein häkchen dran machen schön schön damit ärgert uns die spinne nicht und sie hinterlässt uns sogar noch ein wenig belohnung in form einer seele und das ist sehr schön nämlich die vierte seele damit können wir in der nächsten zeitphase einen charakter von uns aufleveln lassen und das ist auch gut so denn die gegner werden nicht leichter und wir wissen dass jetzt im gegner deck nur noch zwei von diesen blauen tyrannenechsen drin sind die werden als nächstes kommen ich denke mal wird das schatten tucken und wer weiß was sonst noch passiert mit robin bin ich durch mehr kann und möchte ich nicht machen das heißt die gegner sind wieder an der reihe begegnungskarte müssen wir nicht ziehen wir haben keine direkten gegner auf dem feld allerdings wir haben ein nest und wir haben die wenn es zuerst kommt das nest dran werfen wir also wieder ob das nest brütet jawohl ein treffer somit erneut ein venom erscheint dieses hier das war's mit der nest aktivierung sind die venoms an der reihe die verhaltensweise die venoms bewegen sich immer zum nächsten helden und das ist für diesen wenn er auf alle fälle robin da muss er sich gar nicht bewegen bewegung wird sofort abgebrochen und er springt quasi auf das charakter bord ist wenn im nummer zwei auf ihm drauf doch der arme geplagte robin muss ganz schön viel aushalten denn dieser wenn er wird auch noch aktiviert drei bewegung 123 auf das feld mit robin somit der dritte wenn er auf ihm drauf wäre jetzt die ereignisfase wäre das für robin nicht ganz so günstig denn dann würden die wenn uns quasi von seinem charakter verschwinden aber gift effekte hinterlassen der erste gift effekt käme dann direkt drauf die anderen beiden allerdings nicht denn man kann immer nur einen gift effekt haben doch dann würden entsprechend direkte wunden auf den charakter kommen deswegen nicht ganz so günstig aber wir sind ja noch nicht in der ereignisfase wir sind erst mal fertig mit dem gegner zug atem es ist noch an der reihe sie kann sich bewegen und zwar 123 ich lasse den wegpunkt erst mal so wie er ist und spar mir mal die standardaktion wer weiß was hier kommt und ich will erst mal etwas anderes machen denn ich kann jetzt mit atem es ihre kampf aktivität benutzen um alle venoms von einem charakter runter zu schlagen und das ist sehr sehr effektiv würde ich die venoms einzeln auf dem feld angreifen dann müsste ich jeweils immer diesen einen lebenspunkt runter schlagen somit habe ich sie gebündelt alle auf robin und kann einmal mit der groben kelle drüber gehen alle wenn uns von ihm runter streichen ist zwar ihre kampf aktivität weg aber damit sind auch drei wenn uns direkt besiegt daher 123 wenn uns von ihm runter und sie gelten tatsächlich als besiegt wenn ein wenn um einen gift effekt hinterlässt dann ist das nicht das besiegen eines wenn uns dann hat er ja sein unheil angerichtet aber damit habe ich drei direkt besiegt und das heißt für unseren auftrag dass wir jetzt 123 wenn uns auf einmal runter haben die hälfte somit schon geschafft um auch dort ein haken dran zu machen an dieser stelle wird atem es schon ihren zug beenden hat ihre kampf aktivität gehabt das heißt sie kann sich nicht weiter bewegen standardaktion da hätte ich noch kann ich aber tatsächlich nichts zu machen sind die gegner wieder dran in form des nestes lebenskarte müssen wir nicht ziehen schauen wir mal ob es jedoch brütet und wir haben einen wenn der hier beim nest wieder rauskommt und dieser wenn wird natürlich auch gleich wieder aktiviert 123 hier auf das feld drauf wird die bewegung hier an dieser stelle beenden allerdings findet er einen charakter und beide haben keine wenn uns drauf gibt es für die prioritäten liste und genauso wie vorhin wird dieser velen auf robin springen somit drei losgeworden aber einen wieder zurückbekommen damit endet aber auch schon die kampffase und wir kommen zur ereignis phase alle wenn uns auf den charakteren werden jetzt aktiv heißt für robin es kommt einen gifteffekt darauf allerdings ist dieser wenn jetzt wieder raus aus dem spiel als nächstes unser ereignis deck da haben wir aber eine offen liegende karte somit müssen wir nichts weiter tun also diese karte nur auf die ablage zu legen nichts weiter passiert und wir starten eine neue runde und beginnen wieder mit der zeitphase starten wir wieder mit artemis sie hat einen gifteffekt 1 auf sich drauf heißt automatisch eine wunde und wir können versuchen diesen gifteffekt loszuwerden indem uns eine rettungswurf gelingt mit einem treffer symbol hand zum glück haben ein treffer symbol somit können wir den hergift effekt ablegen und machen uns nur noch bereit ansonsten müssen wir mit artemis nichts weiter machen als nächstes shakiko sie hat keine negativen effekte gegenstände können wieder bereit gemacht werden sie selber und die cool down jeweils um 1 voran somit in der nächsten runde können wir beide fähigkeiten wieder nutzt als nächstes robin auch er hat einen gifteffekt auf sich drauf bedeutet automatisch erst mal eine wunde und jetzt haben wir noch die möglichkeit mit einem rettungswurf und diesem gifteffekt zu entledigen ich benötige bei ihm das schild und habe ich es ihr wolle das hat geklappt somit können wir den gifteffekt ablegen ansonsten muss ich nichts mehr bereit machen doch ich werde mit unserer robin in den nächsten seelen rang aufleveln aufleveln kann ich immer am ende der zeitphase wenn ich genug seelen habe und ich kann aber nur mit einem helden aufleveln wenn die anderen helden in mindestens dem gleichen seelen rang sind wo ich mich momentan befinde da wir momentan alle in seelen rang 1 sind ist das überhaupt kein problem kann ich also in den nächsten gehen und ich benötige dann so viele seelen wie den seelen rang den ich erreichen möchte ins quadrat und ich kann auch keinen seelen rang überspringen heißt seelen rang 2 ins quadrat sind vier seelen die ich benötige und zum glück habe ich dir mir zusammen gespart und jetzt habe ich wieder 0 seelen kann aber nun mit robin in seelen rang 2 aufleveln dafür nehmen wir einfach seinen seelen stein und drehen diesen jetzt auf stufe 2 und schauen uns mal was sich verändert wir haben jetzt sechs lebenspunkte immer noch ein angriff zwei standard aktion das ist schon mal sehr cool keine weitere fähigkeit aber ein sternchen ist dazu gekommen das heißt wir bekommen mit robin ein talent habe ein klein wenig gegrübelt was ich jetzt unseren robin hergeber aber ich werde ihm die toughness geben das heißt er bekommt von haus aus jetzt passiv noch extra lebenspunkte dazu solange er sich in seelen rang 1 oder 2 er fällt ein lebenspunkt aber sehen rang 22 lebenspunkte und ab stufe 5 was aber erst in akt 2 wäre dann hat sogar drei lebenspunkte in summe haben wir also jetzt sieben lebenspunkte mit robin beginnen wir eine neue kampffase ich würde sagen eine runde schaffen wir noch und ich werde diese runde direkt mit robin anfangen er steht ein feld entfernt zu unserer shakiko denn ich möchte shakiko ein klein wenig unterstützen dafür benötige ich als erstes eine freie aktion mit diesem chemischen wissen ich kann mir jetzt eine fiolen quest karte geben denn über rang 1 bekomme ich eine allerdings beginnt der cooldown erst wenn alle fiolen quest karten abgelegt worden sind es gibt drei stück und auch die seite kann ich mir aussuchen und ich hätte gerne diese fiolen die geht direkt ins inventar wir haben hier unten links so eine null angegeben bedeutet diese fiole nimmt keinen inventar platz ein und ich sehe gerade das habe ich die ganze zeit vergessen unser robin hat ja sogar ein magisches schild genauso wie shakiko er hat es bisher nicht gebraucht deswegen ist es mir noch nicht aufgefallen aber jetzt legen wir es einfach mit dazu doch ich habe mir diese fiole ja nicht geholt damit sie hier im inventar herum liegt ich will sie auch anwenden und zwar für eine standard aktion reichweite in höhe des aktes also bis zu ein feld reichweite und ich visiere das gebiet von shakiko an denn alle helden in diesem gebiet können jetzt eine ihrer benutzten fähigkeiten wieder um eine sanduhr nach vorne schieben und danach bekommt unser robin sogar eine standard aktion bis zur nächsten zeitphase hat ja immer noch zwei standard aktionen zur verfügung allerdings geht diese karte jetzt wieder raus aus dem spiel und der cooldown von drei runden beginnt über den effekt der fiole freut sich unsere shakiko besonders denn sie hat zwei fähigkeiten die auf cooldown sind nur eine kann sie um eine sanduhr voranschieben das wird natürlich hat die angriffsfähigkeit seien von einer sanduhr runter auf null und damit ist die fähigkeit wieder bereit doch machen wir weiter mit robin streng genommen hat er immer noch dieselben voraussetzungen wie zu beginn seines zuges denn er hat eine freie aktion verwendet dann eine standard aktion die standard aktion hat er wieder zurückbekommen und dabei sogar shakiko unterstützt also bewegen wir uns nun bis zu drei felder und ich werde mich erst mal ein feld ein zweites feld hier hin bewegen ich könnte mich auch hier rüber auf das feld mit dem wegpunkt bewegen allerdings weiß ich nicht was hier mich erwartet und da ich hier ein schattentogen habe und nun sichtlinie habe möchte ich erst mal diese schattentoken aktivieren bevor ich mich ins unbekannte begeben dann drehen wir einfach dieses token um und haben einen ganz normalen gegner da müssen wir auch kein profit sein welcher gegner typ jetzt kommt es sind nämlich nur noch die blauen tyrannenechsen hier im stapel und da bekommen wir eine mit zwei wachs symbolen und eine extra fähigkeit okay dann kriegt sie noch diese fähigkeit schauen wir uns diese tyrannenechse mal in ruhe an sie wird übrigens dann direkt robin zugeordnet basis mäßig fünf lebenspunkte allerdings über die fähigkeit noch mal drei dazu sind das acht lebenspunkte und in jeder zeitphase heilt sich diese exe noch mal um einen lebenspunkt sie hat eine rüstung und zählt als eine miniatur und hat eine grundresistenz gegen hieb angriffe also waffen die mit dem stichwort ausgeführt werden richten grundsätzlich immer einen treffer weniger an wenn die exe mehrere ziele hat wird sie priorisiert auf das ziel mit den meisten wunden gehen und im nahe kampf ist sie sehr unangenehm ist sie mit zwei oder mehr helden im kampf verwickelt wird sie alle diese helden mit dem schwanz angreifen wohlgemerkt alle nicht nur den einen den sie im ziel hat desweiteren wenn das nicht stattfindet also quasi weniger als zwei helden auf ihrem feld sind dann wird sie ganz normal mit den klauen zuhauen ist der nächste hält auf ein feld distanz dann gibt es drei anweisungen die diese exe durchführt die erste sie wird die aktivität lieb durchführen was bedeutet auf ein feld distanz wird sie mit dem held ganz normal in nahe kampf gehen und dann muss diese einen rettungswurf machen und misslingt dieser dann wird der held niedergeschmettert die zweite anweisung dieser verhaltensweise funktioniert aber nur wenn der held niedergeschmettert ist dann würde sie die fähigkeit beißen anwenden was automatisch zwei treffer und einen kritischen effekt zur folge hätte zu guter letzt und ist vollkommen egal ob die exe vorher gebissen hat oder nicht wird sie noch mal mit den klauen angreifen dritte verhaltensweise auf zwei oder drei felder reichweite in sichtlinie sie wird einfach nur in die nahe kampf gehen und einmal mit dem schwanz zuschlagen zu guter letzt funktioniert das alles nicht hat sie keine sichtlinie oder ist weiter weg wird sie zwei felder auf den nächsten helden zu gehen und ist sie dann im nahe kampf dann wird sie noch mal mit den klauen angreifen ansonsten wird sie sich noch mal um ein feld auf den nächsten helden zu bewegen zu guter letzt und ich glaube dass es hier das vorher anste vor allen dingen kombination mit dieser power card und zwar die regeneration der blauen tyrannin exe sie regeneriert in jeder zeitphase immer einen lebenspunkt je teilnehmenden hält also grundsätzlich bei uns drei lebenspunkte und über die fähigkeit noch einen weiteren also vier lebenspunkte und sie hat acht lebenspunkte das wird sehr sehr schwer sein und ich glaube hier werde ich mir eine weile die zähne dran ausbeißen lassen wir die exe also hier an dieser stelle herauskommen jetzt bin ich am überlegen was mache ich ich habe noch einen bewegungspunkt und ich könnte über die sportaktion noch einen weiteren erzeugen um mich hier wieder zurückzuziehen dann käme die exe nicht an mich ran weil sie keine sichtlinie hat und über die letzte verhaltensweise an mich heran rücken würde allerdings hätte ich dann nur noch die damen die diese exe mit acht lebenspunkte niederstrecken müssen bevor sie sich in der zeitphase wieder heilt und deswegen habe ich robin ja vorgeschickt und er hat ein bisschen mehr lebenspunkte jetzt zur verfügung ich wäre tatsächlich die exe jetzt hier in sichtlinie auf zwei felder angreifen ich beherrsche nicht das feld worauf die exe steht deswegen kein extra treffer über diesen effekt allerdings ich werde für eine standardaktion ich habe sogar zwei allerdings kann ich das nur einmal machen pro runde meinen kampf vorbereiten und bekommen wir noch über den bogen einen zweiten treffer und werde jetzt noch zwei blaue würfel werfen sie hat keine resistenz gegen den bogen denn das ist keine hiebwaffe aber schauen wir mal ach zwei schilder das war mies denn ein treffer geht sofort in die rüstung da bleibt noch einer übrig eine lausige wunde auf der exe war somit nicht sehr erfolgreich mit robin und wegbewegen kann ich nicht mehr da ich ja angegriffen habe allerdings ich habe noch eine standardaktion zur verfügung und ich werde jetzt mir mal ein bisschen flächen zusammenbrauen und zwar kann ich für eine runde cool dann und eine standardaktion mir jetzt kleine bestandteile von flächen holen lassen diese kleinen token die sind beidseitig haben verschiedene effekte allerdings muss ich die entsprechenden kosten für bezahlen ich werde mir den oberen teil hier holen für 15 kronen kann mir dann irgendwann mal wenn ich über eine standardaktion dieses abgeben noch mal einen treffer dazu schreiben und ich denke mal falls ich es in dieser runde mit den damen nicht schaffe diese exe zu besiegen dann müssen wir in der nächsten runde das dann mit dieser kraft erneut versuchen fähigkeit geht auf eine runde cooldown ist aber zur nächsten runde wieder bereit robin zug ist beendet und da wir gegner auf dem feld haben beginnt der gegnerzug mit dem ziehen einer begegnungskarte mal sehen die blaue exe aktiviert wird wir sollen alle violetten gegner aktivieren da haben wir keine das heißt andernfalls effekt aktiviere die gegner mit den höchsten ringen da wir momentan nur einen gegner haben die blaue tyrannenechse wird diese automatisch damit aktivieren doch alles der reihe nach zu beginn eines gegnerzuges wird erst hat die fähigkeit des nest aktiviert wir sollen das nest brüten lassen das war glaube ich keine gute idee auf die exe zu vorher nicht hätte mich um das nest kümmern müssen aber jetzt so spät okay auch noch zwei das ist natürlich umso bitterer was mache ich jetzt erst mal ist nun die exe dran im nahkampf geht nicht ein felddistanz geht nicht zwei bis drei felder in sichtlinie das funktioniert auf alle fälle und die exe bekommt die anweisung sich in den nahkampf zu begeben vollkommen egal dass sie hier nicht drüber kann wenn es keine bewegung beschreibt sondern direkt dass sie in den nahkampf geht wird sie jeden weg den es irgendwo gibt nutzen um direkt zu ihrem ziel zu gelangen auf dem feld angekommen wird sie mit dem schwanz angreifen automatisch zwei treffer wir werden zurückgestoßen und auch noch niedergeschmettert führen wir den angriff der tyrannenechse durch dieser wird genauso gemacht wie als würden wir helden angreifen zuerst wird wieder geprüft ob auf dem feld wo angegriffen wird ein beherrschungseffekt stattfinden allerdings zugunsten der exe ist eine miniatur eine miniatur somit ausgleich kein beherrschungseffekt für die exe somit auch keinen treffer für sie fokussieren kann die exe nicht das können wir direkt überspringen es wird der angriff danach direkt durchgeführt und mit allen treffern und allen effekten die jetzt hier bei der angriffsart stehen somit zwei treffer und zeitgleich auch noch das zurückstoßen und das niederschmetter das zurückstoßen hat jetzt den effekt dass wir von dem feld der exe weggestoßen werden der angriff wird aber ganz normal noch abgehandelt auch wenn wir dann nicht mehr auf dem feld der exe stehen niederschmettern hingegen hat zwei bedeutung bedeutung nummer eins ein rüstungswert den gegeben falls der held hat kann nicht mehr angewendet werden robin hat keinen rüstungswert nur mag ich es stellt und blaue würfel die kann er ganz normal nutzen somit hat das erstmal keinen effekt was aber jedenfalls ein effekt für die zukunft haben kann ist wenn ein held niedergeschmettert ist dann zählt er für den kontroll beziehungsweise beherrschungseffekte nicht mehr als miniatur auf dem feld jetzt hier für den angriff überhaupt keine relevanz denn die beherrschung haben wir zu beginn des angriffes geprüft und da war das noch nicht jetzt später wäre das jedenfalls dann anders daher bleibt es jetzt bei diesen zwei treffer und wir verteidigen uns ganz normal resistenzen haben wir nicht allerdings wir haben magische schilde 1 können wir verwenden um einen treffer abzuwehren rüstung haben wir nicht würden wir sowieso jedenfalls dann verlieren weil wir halt niedergeschmettert sind somit bleibt nur noch die verteidigung mit blauen würfeln da haben wir die angabe 2 ich darf aber nicht mehr werfen als treffer noch jetzt hier angegeben sind somit nur ein treffer ein blauer würfel und wir haben leider kein schild somit geht dieser treffer durch und wir bekommen robin eine weitere wunde sind jetzt zwei auf ihm drauf führen wir noch die beiden letzten effekte aus und zwar einmal das niederschmettern und einmal das zurückstoßen das zurückstoßen relativ einfach derjenige der angegriffen und zurückgestoßen wird geht einfach auf ein angrenzendes feld und zwar auf das feld von dem er gekommen ist für unser robin bedeutet das eindeutig dieses feld denn dort ist er hergekommen niederschmettern zeigen wir uns an indem wir die miniatur einfach umdrehen und quasi hinlegen damit zählt der charakter jetzt als niedergeschmettert und wie gesagt nicht mehr als dominanzeffekt und auch nicht mehr hinsichtlich der rüstungswerte sehr ungünstig für unseren robin denn er liegt jetzt auf dem präsentierteller denn nachdem jetzt diese exe ihren zug abgehandelt hat sind noch zum ende des zuges die venoms an der reihe haben wir zwei stück ein zwei felder kommen auf alle fälle ran das heißt beide werden jetzt direkt auf das charakter tableau von uns und robin gestellt damit ist der komplette gegner zug abgeschlossen und ich muss mir jetzt gedanken machen was ich mit dieser tyrannen exe mache und vor allen dingen auch mit dem nester die ganze zeit immer wieder spinnlinge rauskommen aber ich habe keine wahl ich muss die exe irgendwie versuche wegzukriegen und deswegen ich werde als nächstes shakiko aktivieren werde mich bewegen 12 hier auf das feld zu robin werde ihren gegenstand wieder benutzen auf dem gleichfeld freie aktion um eine wunde direkt zu heilen somit hat robin nur noch eine wunde auf sich drauf danach werde ich mich mit shakiko weiter bewegen hat ganz einfach den grund ich möchte gerne die exe wenn möglich hier binden und wenn ich nachher mit atem ist hier rein gehe hätte ich noch den beherrschungseffekt um noch einen extra treffer zu landen deswegen dritter bewegungspunkt hier zur exe und diese werde ich jetzt angreifen kein beherrschungseffekt allerdings werde ich diesen angriff für meine standardaktion vorbereiten somit ein treffer dann ich werde erneut meine fähigkeit benutzen ist eine akane somit keine resistenz für diese tyrannen exe bringt mir erst mal noch einen treffer einen blauen und zwei rote würfel ich hoffe jetzt natürlich auch auf einige feuer effekte das bringt noch mal extra schaden und gegebenenfalls über die zeitphase auch noch mal extra schaden noch schauen wir mal was wir schaffen ok das sieht gut aus wir haben ein zwei drei vier treffer ein blitz ein pentagramm legen wir die vier treffer hier hinein blitz pentagramm bringt ein feuer zwei effekte direkt auf die echse und dadurch auch gleich eine wunde hatte ich schon zwei und jetzt wir ziehen die resistenzen ab gibt es keine gegen akkan allerdings eine rüstung einer wird also abgeblockt und das bedeutet dass fünf treffer übrig bleiben mehr kann sie nicht weg blocken 7 von 8 sind runter und in der zeitphase würde das feuer auf alle fälle die echse nieder brutzeln somit habe ich schon geschafft die frage ist ob ich mit artemis noch angreife damit die echse nicht noch mal aktiviert wird etwas schade dass ich keine seele mehr übrig habe sonst hätte ich sogar mit shakiko über ihre charakterfähigkeit jetzt noch einen direkten schaden machen können dann wäre die echse auch direkt weg aber somit fehlt noch ein lebenspunkt aber es lief trotzdem sehr sehr gut für sie an dieser stelle wird shakiko ihren zug beenden sind die gegner an der reihe wir haben wieder das nest was brüten wird doch vorher wir haben eine gegner miniatur auf dem feld somit müssen wir eine begegnungskarte ziehen vielleicht macht ja die blaue tyrannenechse auch nicht das wäre ganz recht es werde alle roten gegner aktiviert haben wir keine andernfalls effekt die niedrigsten ränge werden aktiviert okay da wir nur einen rang haben erneut wieder der blaue rang über die tyrannenechse also wird diese auch aktiviert noch bevor diese in aktion tritt wird das nest wieder anfangen zu brüten wird das wieder zwei spinnlinge ausspucken nein es bleibt bei einem aber selbst einer ist immer nervig genug aber okay nun ist die blaue tyrannenechse dran sie befindet sich im nahkampf mit shakiko und wird dahingehend die erste verhaltensfähigkeit benutzen allerdings der zweite effekt da sie nicht mit zwei oder mehr helden im kampf verwickelt ist die echse wird dabei die klauen benutzen bringt ihr schon mal einen treffer beherrschung hat sie nicht und wird noch zwei rote würfel werfen und das verdammte drei treffer einmal rüstung würde ignoriert werden hat shakiko aber nicht dafür wie die defensive aus wir haben ein magisches schild können wir ablegen macht ein treffer weniger sind jetzt noch drei übrig das heißt ich darf zwei blaue würfel werfen denn mehr habe ich nicht zur verfügung ein treffer wird also auf alle fälle durchgehen sind zwei schilder somit bleibt es bei dem einen treffer und der einen wunde ich glaube damit kann ich leben mehr macht die echse aber auch nicht sind die wenn es noch an der reihe sie werden sich wieder auf den nächsten helden zu bewegen gibt es 1212 zwei mögliche opfer nimmt sich das opfer wo noch kein venom auf dem charakter schied ist und das ist auf alle fälle shakiko somit 12 hier zu ihr und hops springt der venom auf der gegner zug endet an dieser stelle wir sind wieder an der reihe atem es darf noch aktiv werden und das funktioniert ja das geht gut das werden wir so machen und zwar als erstes eine bewegung und zwar 12 hier auf das feld damit der tyrannenechse wir beherrschen das feld zur zeit denn wir sind zwei charaktere gegen eine miniatur und somit doppelt so viel allerdings ich werde nicht angreifen ich werde mit atem ist eine ihrer fähigkeiten benutzen da habe ich mit ihr die beute der herde und sie funktioniert wie folgt ist eine standard aktion das heißt ich kann mich danach sogar noch weiter bewegen geht auf x felder reichweite x ist über rang 1 0 das heißt nur im nahkampf aber da stehen wir zur zeit wir würden die echse niederschmettern aber das ist gar nicht mein ziel denn die echse hat nur noch einen lebenspunkt und wenn unsere atem es das feld kontrolliert dann wird automatisch dem gegner der jetzt damit attackiert wird eine wunde zugefügt und das ist genau die eine die ich brauche um die tyrannenechse zu besiegen und noch mal zur erinnerung wenn wir ein feld beherrschen dann kontrollieren wir es auf alle fälle auch deswegen funktioniert auch diese fähigkeit und geht danach auf zwei runden cooldown sehr schön damit können wir diese echse mit ihrer selbstheilungsfähigkeit jetzt vom spielfeld entfernen hat gerade noch so geklappt sie hinterlässt uns auch etwas nicht viel eine seele aber besser als gar nichts fangen wieder an zusammen die erste seele und das pergament können wir erst mal entfernen ich bin mit atem ist aber noch nicht fertig ich habe mich ja um zwei felder bewegt dann eine standard aktion durchgeführt das heißt ich kann die bewegung noch fortsetzen und hätte noch zwei ich möchte wieder zurück zu robin kann ich direkt gehen könnte ich aber auch hier unten lang gehen da würde ich hier diesen wegpunkt auslösen der artem ist jetzt aber der letzte held in dieser runde ist und ich nicht weiß was hier an dieser stelle passiert will ich das ja lieber erst in der nächsten runde machen deswegen nehme ich den direkten weg mit einem bewegungspunkt hier zu robin und werde jetzt über meine angriffs aktivität die venoms die auf ihm drauf sind einfach runterschlagen das sind gleich zwei auf einmal sehr schön braucht sich robin diesen effekt nicht mehr stellen und wir bekommen das ist auch ein besiegen noch mal zwei wenn es hier dazu auch hier fehlt nur noch einer damit wir das kästchen abhaken können artem ist wird an dieser stelle ihren zug beenden sind die gegner noch mal dran karten müssen wir nicht ziehen haben keine gegner miniaturen allerdings das nest haben wir immer noch es wird wieder brüten und wird erneut einen venom erscheinen lassen und danach wird dieser venom auch gleich wieder aktiviert 1 2 1 2 alle charaktere wären möglich shakiku hat schon eine venom deswegen diese beiden jetzt jetzt prüfen wir hat die meisten wunden beide haben jeweils eine wunde deswegen gleich kommen wir zur zweiten priorität die verbliebenen lebenspunkte artem ist fünf robin hat aufgrund toughness noch sechs deswegen wird der venom 12 direkt zu artem ist gehen damit ende die kampfphase alle hätten wurden aktiviert die ereignis phase beginnt und die wenn es werden wieder ihr unheil anrichten und das heißt für artem ist hinterlässt der venom einen gift effekt und das gleiche auch für unsere shakiko robin ist fein raus er hat seine welms über artem ist noch losbekommen zum schluss in der ereignis phase wir müssen die nächste karte abhandeln erneut haben wir eine offen liegende heißt es wird kein neuer effekt gezogen einfach die oberste karte genommen und abgelegt und damit sind wir durch mit der ereignis phase und wir sind auch durch mit der runde jetzt beginnt die nächste zeitphase der neuen runde doch ich würde sagen liebe freunde das machen wir das nächste mal liebe freunde von sort and sorcery wir haben recht guten fortschritt in dieser quest gemacht wir sind weiter in die höhlen vorgedrungen konnten einiges aufdecken die gefährlichsten gegner haben wir erst mal beseitigen können okay wir haben das nest doch aber ich denke mal das werde ich so nebenbei das nächste mal weg machen mein hauptaugenmerk wird natürlich seien die höhle weiter zu erkunden wir haben einige verdeckte questkarten die irgendetwas auslösen eine davon wird das abenteuer ereignis sein was uns meist immer auch geschichtlich voranbringt und wir haben auch diverse wegpunkte die wir auslösen können für unsere helden wir sind nicht mehr ganz total frisch ein paar wunden mussten wir einstecken ein paar gift effekte ich habe auf alle fälle das gefühl im gegensatz zu immortal souls ist sort and sorcery ancient chronicles hinsichtlich des schwierigkeitsgrad ein klein wenig kerniger kann aber jetzt auch nur der zufall gewesen sein weil ich halt diese tyrann-echse mit dieser speziellen fähigkeit gezogen habe aber ich denke mal ist es auf alle fälle ein gutes level so dass es auf alle fälle auch spaß macht und nicht langweilig ist doch wer weiß was alles noch kommt wir haben noch einige ereigniskarten vor uns wir haben ein sporn punkt hier direkt bei uns wer weiß was da noch alles rauskommt doch das werden wir beim nächsten mal dann erfahren ich hoffe natürlich dass ihr dann wieder mit dabei sei dass ein klein wenig spaß an dieser reihe habt wenn ja hinterlasst mir doch einfach einen daumen nach oben empfehlt mich weiter abonniert den kanal das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles gute habt spaß am spiel bis zum nächsten mal euer genu bis zum nächsten mal